Hi Leute, Masters Wizard hier und wir spielen weiter Slime Ranger. Wir schlafen jetzt mal die Nacht durch. Oh wie schön, das Bild hat sich geändert. Na wie geht's euch, habt ihr gut geschlafen? Oh, ich bin echt hungrig. Ja, komm, ich stehe voll. Okay, die sind mir hier zu viele. Ich hab das Gefühl, die kommen hier raus. Man kann nämlich die ja auch upgraden und es gibt eins, das ist irgendwo höher. Also gab's zumindest. High Walls hier. Aber dafür fehlt mir das Geld. Deswegen alles einsaugen. Eigentlich will ich grad nur die Kristalle, aber weil ich die so schwer einzelne erwischen kann, mach ich's einfach immer so, dass ich zwölf Slimes hab' ich drin. Sorry, für euch hab' ich noch nix zu essen. Aber ihr habt da eh noch ne einzelne Karotte für euch, fünf rumliegen. Dann so survival of the fittest. Der, der die Karotte kriegt, darf überleben. Der Recht. Warum nicht? Nein. Würde ich nie machen. Davor tue ich die lieber einsaugen und irgendwo in der Nähe, wo sie dann wieder was essen können, rauslassen. Das ist auch lustig. Wenn die Hunger haben, kann man ja noch auf die andere Seite so ne Karotte legen. Dann kleben die alle an der Fensterscheibe und starren so voll deprimiert die Karotte an, an die sie nicht drankommen. Aber das wird natürlich kein... Warum hab ich das jetzt gemacht? Egal. Er wird natürlich kein guter Slime-Manager machen, seine Slimes quälen. Aus zwei Gründen. Zum einen geht es nicht, dass man sowas süß und schlecht behandelt. Und zum zweiten, dann schmeckt der Blot nicht so gut, wenn die gestresst sind. Das ist sehr stressunresistente. Stressunresistente Tiere. Die Slimes. Da muss ich mal aufpassen, dass man die gut hält. Ja genau, jetzt ist zum Beispiel der Preis für den Rosa-Blort gesunken. Der ist jetzt für acht. Der ist gleich geblieben. Was steigt denn gerade? Die hier wäre natürlich gut, aber an die komme ich glaube ich noch nicht ran. Also ich habe noch keine von gesehen. Honig, Wasser, Gold-Blort. Gold ist natürlich immer super. Aber Gold habe ich bisher einmal getroffen. Da wusste ich nicht, was ich mitmachen muss. Also wenn hier irgendjemand da ist, der weiß, wie ich mit einem Gold-Slime umgehen muss. Weil ich will es jetzt nicht irgendwie googeln oder so. Der kann mir das gerne reinschreiben. Und dann... Wenn es möglich ist, halte ich dann vielleicht irgendwann sogar Gold-Slime hier. Na kommt's. Nein, nicht in meine Röhre hier. Ich will doch eigentlich nur, dass ihr viel Blot hergebt. Hö? Was ist das? Warum wird mir ein Home-Symbol angezeigt? Was ist da? Hat der jemand eine Nachricht für mich hinterlassen? Eine Nachricht? Ah, hier. Willkommen. Far-Range, ich würde gerne kontaktieren. Ah, okay. Da wurde mir gerade eigentlich nur gesagt, dass... Ist jetzt immer dieses Icon? Ach, das ist zur Orientierung. Jetzt hat... Kann ich das ausschalten? Das nervt mich ein wenig. Ist ja auch hier. Video? Nein. Oder? War da gerade? Entschuldigung. Chins, Video. Nein. Okay, dann haben wir halt jetzt immer ein Haus-Symbol in die Richtung, wo wir rennen müssen. Das freut mich insofern, dass das so wirkt, als ob er vorhätte, das Spiel von den Gebieten her vielfältiger zu machen. Wo ich auf jeden Fall dafür wäre, weil bisher ist es zwar nett, das Ganze, aber es passiert halt... Ja, ihr seht es ja selber, es ist sehr geradlinig. Man läuft halt mehr oder weniger in die eine Richtung. Und... Ist eigentlich weit zu dumm und habe irgendwie 50 Abzeugungen, die ich schon nehmen könnte. Nicht gesehen. Aber anfangs ist es eigentlich wirklich sehr, ja, Lauf-Rum-Sammel-Plot-lastig. Ich glaube, wir versuchen mal, den da zu füttern. Donk. Also den großen. Ja, eine von meiner Lieblingshörter. Komm her. Wie sich hier alle schon stapeln. Na, gehst du weg. Ajo. Komm nochmal hier. Ohohoho. Ich bin eine dicke, faul-idio-friedene Katze. Genau so siehst du aus. Ich schüpf dir mich auch noch an. Ich war noch glücklich damit, dass mich das dick und faul bezeichnet. Oh. Soll ich hier lang kommen? Kiste. Also ja. Wenn es hier eine Kiste gibt, eindeutig. Ja. Ich gebe es so gern... Ach, wie schön. Die Kisten geben uns auch Geld. Und kann ich damit füttern? Frucht. Steht da oben. Ja, ja, ja. Ich wünsche dich nicht. Bleib schon in der Höhle. Mit deinem Hühnchen. Ja. Ich bin in die Wand gelaufen. Ah, ich glaube, ich hatte... Genau, ich hatte sogar eine Taschenlampe. Ich habe mich doch hin erinnert. Richtig erinnert. Tada. Ich kann leuchten. Na, das weg der Erinnerungen. Taschenlampe rumflatzen. Rumschalten. Bis man plötzlich von irgendeinem Horrorviech erwischt wird. Ah. Hardbeats. Ich hatte mich schon gewundert, weil ich sie bisher nicht gefunden habe. Oh, ein Hahn. Perfekt. Ähm. Sorry, aber dann kann ich dich jetzt nicht mitnehmen. So, ich bin schon wieder in der Ecke festgegangen. Weil man braucht den Hahn, damit die Hühner... Ja, kleine Hühnchen züchten. Logischerweise. Oh, Wunder. Und wenn ich jetzt den Hahn habe, dann würde ich den sehr gerne auch mit ein paar Hähnen wieder mitnehmen. Aber es gibt anscheinend doch ein paar Abzeugungen. Dann haben wir hier davon noch einen. Ach Gott, wie viele sind das? Eins, zwei... Ja, jetzt auf mich zu Bodyblocken. Putzig ihr auch seid. Kann man sich hier drubschubsen. Bisschen viel gelaufen. Aber... Ihr seht hier selber, was der große Selling Feature von dem Spiel ist. Ich finde hier... Du sind hier nicht putzig. Da. Den eigentlich Rampenlicht. Tada. Ein pinker, süßer Slime. Also ich mag das total. Ich glaube aber... Also es ist mir jetzt inzwischen so offen, dass es nicht das ist, was man hier langzeitig als Serie nehmen kann. Deswegen werde ich es jetzt so machen, dass ich wahrscheinlich immer... Wenn ich selber wieder Lust habe, weiterspiele und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich gerade wieder etwas Neues da habe oder gefunden habe, was es sich lohnt aufzunehmen, dann zeige ich euch das. Also zum Beispiel, wenn ich ein neues Gebiet freigeschalten habe, dann erkunde ich das halt in der Folge. Und dann zeige ich auch immer, was gerade der Zustand meiner Farm ist, damit ihr alle wisst, dass ich meine Slimes gut halte, dass die nicht leiden hier. Ein Co-op. Put Chase. Einmal du rein und ihr rein. Und weil es dem Hütchen gut gehen soll... Da kommen mehr... Achso, schade. Kann ich gar nicht. Ähm... Ich habe nur gerade überlegt, was ich upgraden will, aber... Achso, ich kann ja gerade noch nicht mehr Rosaplort mitnehmen. Ist ja gerade auf dem niedrigsten Stand bisher. Aber mein Inventar ist trotzdem voll davon. Hat er gerade im Flug noch die Frucht gegessen? Okay. Haben wir allen Plot? Wir haben allen Plot. Kommt hier wieder auf den Brücken. So. Und ihr kriegt eure Pogo-Früchte. Habe ich gerade leider nicht mehr. Oh Gott. Jetzt hätte ich die Beine alle reingeschmissen. Ich muss doch einen Garten anlegen für die. Und. Oh, lauter Kleine. Jetzt in den Boden. Small Heartbeat. Oh Gott. Ich muss mich so zusammenreißen, um keine blöden Herzwitze zu machen. In dem Teil. Was mich verwundert ist, warum hier überall Karotten rumliegen. Also vielleicht habe ich die von Anfang an vergessen. Die waren schon die ganze Zeit da. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt irgendwie hier so ein bisschen spawnen, damit man im Notfall was zu essen hat. Kann aber sein, dass ich mich täusche. Und dass die einfach hier schon rumlagen von Anfang an. Vielleicht auch, weil ich vom Feld irgendwie komme. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn es so ein bisschen... Es gibt ja außerhalb von der Farm schon wilde Sachen. Aber wenn es in der Farm hier auch so ein paar kleine Sachen gibt. Also so eine einzelne Karotte, die irgendwo wächst, mal zufällig. Einfach um das Ganze weniger. Du bist hungrig. Du bist hungrig. Du bist nicht hungrig. Du bist auch nicht hungrig. Hau. Hört damit auf. Das tut weh. Näh. Okay. Auch gut. Hull ich mir diesen Lot noch. Da habt ihr auch ein paar Karotten. Damit ihr mich hier nicht verhungert. Das Schöne an den pinken Slymen ist halt einfach... Immer wenn man zu viel von einer Essenszeit hat, macht man das hier. Und gut ist. Dann sind die sozusagen die Resteverwertung. Also bringen ja immer halt wenig Geld. Na gut. Haben wir eigentlich bisher schon einen Slime getroffen, den ich noch nicht habe? Achso, den Tabby-Slime. Was war denn seine Beschreibung? Die Risks. Okay. To harm Ranger Buds. Dead Cow. Achso, okay. Die essen einfach Sachen. Okay, nee. Also, wenn ihr jetzt euch überlegt, ob ich euch das Spiel holen sollt. Wenn es euch hilft. Was das Spiel auf jeden Fall hat, ist eine sehr knuffige Optik. Einen sehr schönen Soundtrack. Den hört ihr jetzt wahrscheinlich recht wenig, wenn ich immer drüber laber. Aber es ist sehr stimmungsvoll an sich. Was es noch nicht ist, ist, dass es wirklich... Ich nenne es mal motivierend viel zu tun gibt. Außer vom Farmen. Also es gibt Missionen. Die schaue ich mir jetzt auch da noch, wenn ich zurückkomme, an. Ob die sich verändert haben. Aber es ist so ein bisschen, bau deine Range auf. Aber du kannst noch nicht das Gebäude upgraden. Du kannst nicht deine Range irgendwie größer machen, toller. Das, was ich immer gerne habe, ist halt zum Beispiel bei Stardew Valley. Kennt ihr ja alle. Hoffe ich. Stimmt, es gibt gar nicht noch jemanden da draußen, der kein Stardew Valley gespielt hat. Stardew Valley, let's play incoming. Da ist es halt so, dass man mit der Zeit immer mehr Sachen ausbauen kann und die Farm halt wirklich sehr groß wird. Und hier ist halt der Punkt, man kann das machen, aber es gibt wenig Möglichkeit, die Sachen zu automatisieren. Also ich kann, wenn mir irgendwas zu blöd wird, ist es für mich einer der wichtigsten Punkte, dass ich im Farming-Spiel dann irgendwo den Punkt habe. Also Farming-Spiel im Sinn von Farming-Simulator, nicht Clicking- oder Farm-ähnlich, muss ja nicht direkt Simulator sein. Nicht im Sinn von, wie heissen sie, Idle Games. Ich bezeichne die auch manchmal als Farming-Game im Sinn von, man muss halt ganz oft Klicks farmen. Aber da finde ich das nicht so schön mit dem... Ja, ich bin kein Fan von Idle Games. Das zum einen und zum anderen... Was wollte der da unten? Früchte, glaube ich. Wir haben doch gerade ganz viele Früchte. Komm. Ich nehme diesmal wieder mit. Und dich stopfen wir mal ganz voll, wir haben jetzt sonst nicht dabei. Okay. Und jetzt bist du glücklich, gell? Ganz glücklich. Aber irgendwelche mir geben wir auch nicht. Okay. Also entweder braucht ihr viel mehr oder ihr ist einfach nur gefräschig und gibt einem nichts für. So Politiker-Style. Oh, war da oben gerade was? Ne. Ähm... Lohnt sich der eine Tabby-Plot? Ich hab eh von euch nen Feld. Aber ich nehm euch mal so ein bisschen hier mit, damit die... Falls die bösen Slams hier wiederkommen, vielleicht sind die auch böse, weil sie Hunger haben. Genau, das ist auch was, wenn ihr eure Slams nicht gut füttert, dann werden die hungrig. Was mir einmal passiert, dass die dann auch aggressiv werden, wenn sie zu hungrig sind. Also... Da bist du ja noch. Hä, danke fürs Warten. Komm mit. Jetzt sitzt da der Tabby-Slim so. Hä? Mit mir? Oh, nichts. Nein, das kann ich noch nicht machen. Komm her. Bring dich wohin, wo andere Slimes hin. Na, komm her. So. Also, wo war ich stehen geblieben eigentlich vorhin? Genau, der Punkt ist, man kann die Ranch noch nicht wirklich gut upgraden und es ist nervig, dass es keine Upgrades gibt, die sozusagen automatisch Futter von der einen Stelle auf der Ranch zu dem anderen Slime-Haufen transformieren. Er, Trans-Überführen. Überführen trifft es am besten. Meine Berries. Tube-Berry, du bist sweet. Dann level roll of the table. Ja, das sehe ich ein, dass die nicht vom Tisch rollen werden. Das klingt für mich sehr logisch. Da bin ich jetzt schon wie oft runtergesprungen. Aber, wenn es für euch interessant, also wenn euch das nicht zu blöd wird, dass ihr so dieses Rumgerenne in der Farm, also ihr müsst jetzt nicht wie hier die ganze Zeit rumrennen später, aber ihr müsst auf jeden Fall in der Farm rumrennen, halt die Chaoten vom Feld abziehen und die Chaoten, die man vom Feld abzieht, dann in den automatischen Fütterapparat beim Slime-Teil machen. Dann müsst ihr immer noch manuell die Plots vom Fütterungs- äh, vom sozusagen Plot-Absaugautomaten, den ihr bauen könnt, manuell zum Geldverdienen schicken. Und ihr könnt halt nicht dafür sorgen, dass ihr irgendwann einfach nur noch erkunden könnt oder sowas. Sondern ihr müsst halt immer einen halben Tag oder so später damit verbringen, dass ihr euch um eure Slimes kümmert. Was zwar an sich realistisch ist, dass die Farm nicht irgendwas sich von selbst versorgt, aber in einem schreibt die Tatsache, dass ich auf eine Taste drücken kann, um den Garten zu bekommen. Der Baum ist auch eckig, ist das euer Ernst? Im Sinn von, dass ihr auch auf eine Taste drücken müsst eigentlich nur, um was zu erschaffen, wäre es doch auch möglich gewesen. Das Ganze habe ich jetzt schon. Soweit ich mich nämlich erinnere, war das das Lieblingsessen von meinen Lieblings-Slimes. Kommt ihr. Habe ich alles? Ja. Nein, noch nicht. So, jetzt kriegt ihr noch was zu essen. Ja, genau. Und dadurch, dass ihr jetzt ihr Lieblings-Essen essen, kriegt ihr jetzt ganz viele von den Blauen Slimes. Ja, weil dann kann man halt auch aus einer recht kleinen Population, wenn man das nicht mag, dass man so viel in so einem In-Käfig drin hat. Au. Tut weh. Lass das. Kann man da immer noch recht viel Blot rausholen. Ich bin schon gespannt, ob er das Ganze so, oder eher, sag ich immer, Tierentwickler ist. Kommst du her. Ja, böse, ob das die falsche Seite. So gibt es einen Käfig. Ich bin schon gespannt, ob der Entwickler das Ganze so macht, dass man sehr viel freier rumrennen darf später. Oder ob man weiterhin sozusagen das linear machen muss, dass man erst das Gebiet hat, dann das andere, dann das andere. Aber, Coach, das werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich mache es jetzt dann einfach so, weil ich finde das noch nicht so spannend für euch wahrscheinlich, weil ihr halt einfach nur da steht und... oder das da sitzt und mir zuschaut, wie ich durch die Gegend laufe, wie blöde. Machen wir es so. Und halt vor allem, ihr habt es halt dann alles irgendwann schon einmal gesehen. Deswegen dachte ich, wir machen es jetzt dann so, jedes Mal, wenn ein neues Update rauskommt, ein größeres, wo er in ein neues Gebiet editert, einen neuen Slime oder so. Oder ich so weit gespielt habe, dass ich in eines der anderen Gebiete hier schon mal reinkomme, die es gibt. Dann werde ich das wieder in eine Folge packen, so im Sinn von, ja, das ist das Dschungelgebiet oder halt die Höhle oder so. Und dann laufen wir da durch und ich zeige euch die Slimes, die es gibt und wir fangen uns vielleicht einen ein, den ich haben will. Und je nachdem, wie viel es da zu sehen gibt, machen wir halt ein oder zwei Folgen draus. Und dann wird es hier so eine Art unregelmäßige Serie. Und das gleiche halt auch, wenn er größere Updates macht. Also wenn jetzt plötzlich alles viel toller oder zumindest detailverliebter oder so aussieht, dann kann ich ja auch mal kurz so fünf Minuten Video im Sinn von, was sich alles geändert hat, drüber machen. Also, danke fürs Zusehen, Leute. War schön, dass ich euch so ein bisschen die knuffige Welt von Slime Ranger zeigen konnte. und, ja, wir sehen uns dann, wenn ich das... Oh, nein, ich schaffe mich zu dem Blauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das nächste Mal weitergekommen bin in ein neues Gebiet oder so. Master of Suicide, over and out.